Moin moin liebe Freunde der symbolierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox eine Produktion vor. Und zwar eine Grastrocknung. Ich weiß es gibt schon viele Grastrocknung, aber ich dachte nur weil das Gebäude fand ich persönlich sehr gut und wirkt auch sehr real, dachte ich mir stellen wir das nochmal vor. Der Mod selbst kommt von FIB7 und sagt selber in seiner eigenen Modbeschreibung, dass dieser Mod auch für alle Plattformen zur Verfügung steht. Also auch alle PC und Mac ist klar, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, auch ihr könnt euch diesen Mod natürlich dann gönnen. Ja, ihr seht das Gebäude ist texturtechnisch völlig in Ordnung. Es ist vielleicht von mir ein bisschen blöd platziert, das muss man mal dazu sagen. Der ist eine einfache Kiste, ich habe hier gleich ein Traktor mit Gras, das wird hier einfach eingekippt, das ist das Symbol dafür. Und dann verarbeitet die ganze Maschine. Das heißt also es können maximal 5.000 Liter Gras rein und der produziert 1 zu 1 5.000 Liter Heu für euch wieder raus. Und zwar 4.800 Liter die Stunde. Kostet 55.000 Euro, wir können einfach beim Baum hier überschauen, unter Produktion. Ganz hinten für 55.000 seht ihr das Gebäude. 50 Euro pro Tag und Betriebskosten 2 Euro die Stunde. Wenn wir jetzt hier reingehen, seht ihr in das Menü, Gras rein, Heu raus, wir können es schon mal aktivieren. Jetzt sagt vielleicht Güter fehlen, aber die füllen wir gleich ein. Und hier hinten habt ihr dann quasi die Funktion, hier könnt ihr quasi das getrocknete Heu abholen. Wir können mal einsteigen hier in den John Bier. Einen guten 7R. Den Malo wird sich freuen. Wir fahren mal auf die Plattform, dann müsste das Zeichen kommen zum Abladen. Da ist es auch schon. Jetzt laden wir 22.500 Liter Gras in die Anlage rein. Und wir sehen, es füllt sich auch in der Anzeige auf. Und dann müsste die Anlage auch rein, theoretisch dann direkt losgehen. Wir können ja schon mal die Zeit mal ein bisschen in Wallung bringen. Und ihr seht, es wird direkt reduziert. Wir fahren nochmal um die Haustür rum. Damit ich euch das Endland auch kurz zeigen kann. Notgeben auf den nächsten Tag, beim dunklen Beut soll ich nicht sein. Das liegt an meiner Platzierung. Das liegt nicht an dem Mod, das liegt an der Platzierung. Und ihr seht, er hat es auch gleich schon komplett einmal durchgearbeitet. Jetzt ist es auch leer. Und ihr seht, 23.600 Liter Heu. Das ganze beladen wird. Und ihr seht, trocken funktioniert. Also Mission erfüllt. Von den Bodentexttoren macht euch nicht verrückt, das kommt von mir. Ich habe es einfach hier wild rein platziert auf meiner Modvorstellungs-Map. Hier wurden schon so viele Gebäude platziert. Das liegt einfach nur daran. Nicht an dem Mod selber. Also bitte nicht falsch verstehen. Ja, sonst was auffällt. Ab uns diese kleinen grünen Spuren. Einmal hier quasi die Beleuchtung. Das Schild. Da taucht immer wieder auf diese Farbbrunnen. Das Gras ist trocken. Der Farmer ist... Heu. Also Heu. Lassen wir mal so da stehen. Mehr kann ich euch zu diesem Mod gar nicht sagen. Außer wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet. Ob ihr mit der Heutrocknung, wie ihr die findet. Ob die besser für andere. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.